Der Baum ist ein Symbol für den Anspruch unserer Bank, die seit 100 Jahren tief im Mittelstand verwurzelt ist. Unser Geschäft und das unserer Kundinnen und Kunden auf Nachhaltigkeit auszurichten. Dazu wollen wir gezielt beraten und Projekte finanzieren, die eine innovative, beständige und ressourcenschonende Zukunft haben. Für ein gemeinsames und bewusstes Morgen. Für eine Wirtschaft, die unsere Gesellschaft voranbringt. Als ein Baum unter vielen, die erfolgreich wachsen und sich wandeln. In allen Formen, Größen und Arten. Ein Wald, der sich ständig erneuert, ist ein natürliches Beispiel für das, was wir in großem Maßstab gemeinsam vorhaben. Nämlich eine Transformation, die über Generationen Bestand hat. Deshalb lassen wir gerade in Düsseldorf-Ludenberg einen solchen Wald entstehen. In der Stadt, in der die IKB seit Jahrzehnten zu Hause ist, haben wir rund 10.000 neue Bäume gepflanzt. Für mehr Natur, mehr Diversität und vor allem als Ausdruck unseres Tatendrangs. Auf zweieinhalb Hektar wächst nun ein Mischwald, der auch das Leben der Generation nach uns bereichern wird. Kein kurzfristiges Engagement, sondern eines, das wir mit Ausdauer angehen. Weil ein Baum Zeit braucht. Ein ganzer Wald, Einsatz und Pflege. Genauso wie die Transformation zur Nachhaltigkeit. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft wachsen. Baum für Baum. Unternehmen für Unternehmen.